Ja, hi meine Freunde. Ich war gerade auf dem Weg ins Fitnessstudio und was passiert da, es klingelt. Ich habe ein riesen Paket hier. Mein alter Ernährungscheck hier. Mein Eiweißprotein ist leer. Ich habe mir ein neues bestellt. Ich packe das mal mit euch jetzt aus. Jetzt habe ich eine größere Portion gestellt. Testsieger 2016. Also ich habe mich an die Stiftung Waren als Testsieger gehalten, weil man im Internet auf Testsieger Eiweißprodukte eingeht. Das war jetzt kein Testsiegerprodukt, aber es hat von allen Produkten gedauert. Oh, eine riesen große Pinzchen. Wie das ist? Geh dir weg kurz? Ja. Das ist von Mammut. Hier. 3 Kilo. Ähm 29 Euro oder so habe ich bezahlt jetzt dafür. Das hat auf jeden Fall ordentlich Eiweiß drin. Ähm, ja man sagt ja eine Portion. 30 Gramm ungefähr. Wir sollten dann halt auch 30 Gramm Eiweiß haben. So dann wäre das ein Optimaltprodukt. In diesem Produkt haben wir 29,3 Gramm Eiweiß pro Shake. Also das ist auf jeden Fall eine ganz große Mengenangabe. Wir haben hier sehr viele Aminosorgen drin. Ich würde einfach mal behaupten, ich habe ein gutes Produkt hier erstattet. Wir werden das jetzt die nächste Woche testen. Wow. Ja. Mal gucken hier. Komm, ich mach gleich hier. Kann man das schmuggeln? Ja, das hier nochmal. Extra dick. Okay. Ja, Pures Vanille riecht man sofort. Auf jeden Fall, ja. Ich habe ein neues Produkt. Das alte Produkt war super lecker. Aber ich würde sagen, von der Qualität her war es nicht so gut. Weil es halt sehr wenig Eiweiß drin hatte. Man sollte dort echt darauf achten, dass die Eiweißangabe ziemlich hoch ist. Wir werden das jetzt hier erst mal testen die nächste Woche. Ich gehe jetzt ins Fitnessstudio. Ich habe meine 98,0 erreicht. Also mittlerweile 5 Kilo weg. Bin ich ganz stolz und damit geht es dann jetzt weiter. Euer Chef Alemann.